Rhea Garvey mit seiner neuen Single bei Schlag den Star. Rhea Garvey begeistert mit neuer Single bei Schlag den Star. Rhea Garvey, der irische Sänger und Songwriter, sorgte am vergangenen Sonntag für Aufsehen, als er bei der beliebten Fernsehsendung Schlag den Star seine neueste Single präsentierte. Das Publikum fand Gefallen an der packenden Darbietung, die nicht nur die Talente des Künstlers widerspiegelte, sondern auch neuen musikalischen Ideen Raum gab. Während des Auftritts offenbarte Garvey die Inspiration zu seinem neuen Werk. Ihm zufolge entstand der Song aus einer tiefen persönlichen Reflexion über Beziehungen und die Herausforderungen des Lebens. Er beschrieb den Prozess des Schreibens, in dem er all seine Emotionen und Erfahrungen einfließen ließ, um eine authentische Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen. Dies war besonders evident, als er die Texte vortrug, die sowohl Hoffnung als auch Verletzlichkeit thematisieren. Die Zuschauer reagierten mit Begeisterung und belohnten Garvey mit frenetischem Applaus. Viele Fans äußerten sich positiv in den sozialen Medien, indem sie applaudierten, wie der Künstler es schaffte, eine emotionale Atmosphäre zu schaffen. Einige Kommentatoren bezeichneten den Auftritt als magisch und unvergesslich und waren begeistert von der musikalischen Entwicklung Garveys. Darüber hinaus erklärte Garvey, dass dieses Single Teil eines größeren Projekts sei, das in naher Zukunft veröffentlicht werden soll. Er teilte mit, dass er an einem neuen Album arbeite, das die Vielfalt seines musikalischen Stils widerspiegeln wird. Im Rahmen der Show warf der Künstler auch einen Blick hinter die Kulissen und vertrat die Meinung, dass Musik eine universelle Sprache sei, die Brücken zwischen Menschen bauen kann, unabhängig von ihrem Hintergrund. Seine Auftritte sind regelmäßig ein Highlight und zeigen, wie er erfolgreich zwischen Musik und Unterhaltung jongliert. Mit der Kombination aus Talent, Charisma und seiner neuen Single hat er einmal mehr bewiesen, warum er zu den gefragtesten Künstlern im deutschen Musikgeschäft zählt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, was als nächstes von Rhea Garvey kommt. Denn durch seine frisch präsentierte Single hat er das Interesse und die Vorfreude auf das kommende Album geweckt. Autor Anita Farke, Sonntag, 13. Oktober 24.